Meins. Guten Tag meine lieben Fluggäste. Willkommen bei Flug KTT. Und heute dabei sind sie sehr, sind auch erst mal wieder ein paar für die benachteiligten Leute. Ein paar komische Leute wie Mr. Wanwar zum Beispiel, der immer weniger auf NTS ist. Oder auch Goom, der sehr wenig nachdenkt, was einfach daran liegt. Man, der zubelt aber. Ich glaube Wanwar ist es auch immer. In erster Runde ist es immer Wanwar. Ich denke auch, dass es bin. Hier sehen wir noch die anderen. Pfeiter zum Beispiel. Anliegen, 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 Anliegen. Hallo Cle. Hallo Cle. Was ist eigentlich mit Anliegen? Unser jetziger Pilot ist das von Cle. Wie Sie sehen. Diegel wurde geschossen mit der Diegel. Ich glaube, wann war es? Ich habe keinen. Doch, ich habe tatsächlich den Diegel. Ich habe auch schon den Fasch zu rufen. Bist du kommt der nicht? Er braucht ein bisschen. Ich will kurz gucken, ob der noch lebt. Okay, ist das. Wir können nicht schießt, aber Feiter lebt auch. Feiter ist Ohr. So, nein, warte, warte. Feiter war. Okay, kann ich kurz durch. Detective. Irgendwie erinnert mich das Flugzeug ein bisschen an die Vorwurst. Bist du auch noch mal? Hallo, ich war hier den ganzen Zeit auf dem Fahrstuhl. Ja gut, ich komme mich auch noch. Okay. Willst du in die Diegel? Ja, ich habe ne Diegel. Achso, okay. Ich häng fest. Ich habe hier auf dem Elf immer eine. Ja, hier gibt es auch echt viele. Ich habe auch eine Diegel. Ich habe auch eine Diegel, ja. Du und eine Diegel, das ist eine ganz schlechte Mischung. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, genau. Ich kann meine Smoke werfen. Ich werfe meine Smoke, okay? Smoke, Alter. Du kannst sogar gucken, hier. Oh, du glaubst nicht, dass es wirklich ein Smoke ist. Ich bin dort. Das ist einfach gar nichts. Äh, warte, hast du den Kopf gedrückt? Okay, gut. Ähm, Leute, hier hat jemand einen Traderfalle oben geöffnet. Okay. Ich bin gerade unten. Das ist ein Traderfalle gewesen. Das kann man von überall im Flugzeug aktivieren, durch alle Wände. Das ist ein Traderfalle, da kann man von oben den Aufzug rein und oben die Tür öffnen und hier oben rein. Ich weiß das doch nicht. Da musst du deinen kumpelnden Trader mal fragen. Kann man? Was hast du gerade gemacht, wann war? Ich habe nach oben nur geguckt, ob da jemand reinkommt. Ja, ja. Ich gehe mal wieder zum Spot. Äh, hier liegt eine Leiche. Cle ist tot. Der Detektor ist tot. Und hier ist noch eine Leiche. Boom ist auch tot. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich war die ganze Zeit bei Wann war. Und hier ist noch eine Leiche. Äh, Fighter ist Traitor gewesen. Ja. Also. Das heißt, ich denke, Andi oder Niklas, weil ich war die ganze Zeit bei Wann war. Ja. Wieso soll ich, hä? Nicht bloß die Sorgen. Wer hat jetzt, wer hat Fighter getötet? Das kann ich da auch nicht sagen. Äh, kann ich, ich kann nachgucken mit was für einer Waffe. Oh, warte. Hier ist noch jemand. Ähm, es muss Andi sein. Was? Ja. Guck doch mal auf die Liste. Ja, ich weiß. Warte, wir könnten uns ein Battle liefern. Es kann theoretisch auch jeder von uns sein, weil du bist, äh, wir sind beide nicht cool. Wir waren zwar beide beieinander, aber es kann trotzdem noch einer von uns sein. Ah ja, du bist kein Detective. Ich dachte gerade, du wärst Detective. Verdammt. Einer Detective. Es kann immer noch einer von uns sein. Exel ist für mich eh protectisch, weil er einen scheiß Diesel hat. Ich glaube, es ist trotzdem Andi. Ich denke trotzdem, es ist Andi, aber du kannst halt auch sein. Weil es kann auch einfach sein, dass Fighter hat. Jeder von uns kann es sein, ja. Weil Andi hat Fighter nicht getötet. Äh, Fighter ist gefallen? Mann. Was? Kann sein, dass Fighter sich selbst getötet hat. Wo? Was ist denn? Bist du rausgeflogen? Hä? Wann war bist du rausgeflogen? Lebst du noch? Wann war? Ey, du kannst mir sagen, was du willst. Wann war ist es doch, alter. Kannst du mir sagen. Ich schieße dich auf dich. Kannst du machen? Wann war's? Wann war's? Wenn ich wann war sie, schieße ich auch auf ihn. Andi. Fuck! Das war klar. Ich hab festgepackt und hab ne Disco geworfen. Und dadurch bin ich gestorben. Wieso hast du denn nicht auf Andi geschossen, wenn du gesehen hast? Ach so. Ich, ich, der hat mit dem Babylaunch oder was das war. Ich hab dir mehr Vertrauen als Andi. Ich war noch kein weiter. Alter, wie viel hast du umgebraucht, Fighter? Wie viel? Null. Äh, danke. Da war ich. Ja, neun. Ich bin gestorben gleich am Anfang. Das blöde ist ja, Fighter war die ganze Zeit AFK, ne? Ja. Ja, ja. Fighter, du warst noch nie so unproduktiv. Das ist ja das Verknackte, wenn du Traitor wirst und Fighter ist einfach AFK als dein Kollege und ich hab mich gelesen vom Plan. Ja, ich war, ich war hier verdabt immer festgepackt. Was soll ich denn machen? Ich versuche mir das mit der, äh, äh, äh... Magneto-Stick. Hm. Hier ist der Detektiv. Darf ich? Ah, jetzt? Ja. Weißt du, ich war bis... Ich war wirklich... Äh... Fack, Alter. Alter, mein Korin. Sorry, ich hab eh, sorry, ich trage rein und die Kontis-Kombo. Das Ding war einfach... Ich war cool... Okay, jemand hat die Tür hier zugemacht. Killt alle und confirmt. Eine zumindest von dem einen. Alter, die Tür! Die Tür! Ich hab mal von dir immer auf dich geschossen. Ich hab immer auf dich geschossen. Ich hab einies gemacht. Ich hörnie meinst... Darf ich rein? Was? Andi! Niklas ist doch überhaupt tot! Äh, Andi... Was denn? Andi meint Niklas der Tod und er lebt nach. Ich hab nie behauptet, dass Niklas tot ist. Der hat die... Doch, hast du! Ich hab nie mitgeg... Ich... Immer bin ich hier... Das ist die absolute Chaos-Runde. Hierhin? Alter, hier hat er noch hinten geworfen, Wanma hat hinten geworfen. Ich bin am spawnen. Wer hat jemand geklebt? Wer hat geklebt? Würde ich auch sagen. Das ist tatsächlich sogar, aber das ist keine Begründung. Das ist aber mehr als eine Begründung. Ich würd mal sagen, Andy, weil der hat weniger Leben. Aber hier, Mr Wanma will schon um mich herum mit seiner Scheiß Shotgun. Ja, dann geh ich halt... Äh... Und Mama war's noch, oder? Nein! So, Andy. Ich sag noch, Klee. Pille. Ja, aber Andy, du hast mir aber schon volle Breitzeiten gegeben. Ja, Klee hat sich einfach gar nicht gesehen. Weil die einfach in den Kopf schießen. Das Geilste war immer noch, wie ich Klee den Headshot gegeben hab. Weil ich genau wusste, dass der jetzt war, ey. Ich hab gedacht, du siehst die Leichen hinter mir nicht. Du musst ihn immer töten, wenn er zu deinen Leichen kommt. Ja, sonst ficken wir nicht. Was? Naja, ich hätt dich da ja nicht lang gehen lassen. Du wärst ja da gestorben, aber... Mann, du wirst denn dann beim Spawnen, ist immer Chaos. Ja, das ist aber heilste. Alter, boah, mir ist irgendwas am Kopf gefallen. Ja, das ist doch ganz normal. Ein Brett oder so wahrscheinlich. Ja, irgendwas wäre es. Traitor. Innocent. Ich glaub ich auch Inno nennen. Du bist, du bist dezenter Innocent. Oh Mann. Nein. Obwohl ich ja bei Fighter, ich glaub der hat sich den Text aufgeschrieben. Der Fighter ist es. Der Fighter hat sich den auch auf dem Zettel aufgeschrieben. Ich hab ein Frohto gemacht. Ich hab ein Frohto gemacht. Ich hab ein Frohto davon gemacht. Ja, das glaub ich auch. Ach, du bist nicht Detektiv. Ach, guck mal. Ja, ich bin nicht Detektiv. Alter, was? Guck mal her, guck mal her kurz Fighter. Guck mal her. Hier, guck mal. Fighter ist ein Fädel-Hirn-Blut. Und der Scheiß-Kunde lebt. Wo denn? Wann, wann musst du dahinter sein? Ja, echt? Okay, ich. Oh, ich geh mal aufs Klo. Okay. Ich geh mal näher, geht gar nicht. Ich will aufs Klo. Wieso lasst ihr mich nicht? Andi, lass mich vorbei. Lass mich vorbei, Andi. Lass mich vorbei, Andi. Oh, äh. Ich will weiter töten, ich will weiter töten. Leck. Leck. Loll. Da ist Andi gekillt. Alter, du hättest Blut in den Serbigeschen! Wer auf mich gefreut hat, der dammt. Da, 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 äh, was? Wo, 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 was? Da ist doch ein toter Mom hier. Niklas, 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 Niklas! Der hatte Niklas erschossen. Ja, die ist lecker. Das verlass' den gerade. Was verlass' den gerade? Tut deine Diegel weg. Tu deine Diegel weg. Ey, was? Ex ist es doch, ja, ex. Ey, ex ist es. Ja, du hast ihn doch mit der Digel getötet. Hab' man doch gesehen. Hey, oh, ich hab, what the fuck? Ja, du Flopper. Gut, gut, gut. Weiter, 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 weiter. Ich kann keine Waffen mehr nehmen. Alter! Diese Wunde! Ich hab' feiter sein Gehle, oder? Ich hab' feiter sein Gehle, oder? Ich hab' feiter sein Gehle, oder? Es war Digel, ist doch nicht gleich ich! Doch! Digel kann jeder sein mittlerweile! Nein! Nein, nein, guck mal! Du standest doch hier und hast ihn getötet, oder nicht? Ich hab' ihn getötet, aber es kann doch im Endeffekt jeder sein! Nein! Ich hab' aber auch gesehen, wie du, äh... Auf dem MCD-Gel so OP, da kann's jede Sau sein! Aber ich hab' dich doch gesehen! Alter, es gibt nichts! Du weißt, ich hab' ihn bis an der anderen Seite! Wer hat ihn gekillt, wer hat ihn gekillt und plötzlich soll ich sein Gehle? Ja, ich hab' dir das! Ich find' das so geil mit Exe! Ich find' das so geil mit Exe! Wenn Exe so eine Theorie loslässt, ist es immer plausibel, aber wenn jemand anderes so eine Theorie loslässt, ist es immer gleich unglaubwürdig! Finde ich voll geil bei Exe! Exe, ey, bei Exe, das gibt... Äh, bei Fighters geht er gerade nicht! Ich hab' Fighters so auf den Kopf geschossen! Wenn's drinne ist, kannst du auch nicht kaputt! Das ist schrecklich! Vor allem, wer war mein Kollege? Der Fighter! Achso! Der war unfähig! Ich war eh nur... Niklas, Niklas! Äh... Jetzt sind wir uns schon die Türen zu? Ey! Headwaiter! Das ist so ne Kacke! Er kommt, Faser mit! Warte mal, ich bin los! Ja? Warte, ich möchte dich hier hinsetzen! Ja, ich bin hier ja noch drin, das ist ja blöd für mich! Wer hat einer von euch den Türen zu gemacht? Okay! Der im Aufzug ist, ist es! Der im Aufzug ist, ist es! Okay! Okay, warte! Der im Aufzug ist es! Ich bin im Aufzug, ich weiß nicht! Ja, du hast den Aufzug mit dem Trader-Ding geöffnet oder nicht? Oder fährst du mit dem Aufzug runter? Hä? Nein, ich hab den Aufzug-Knopf gedrückt und weiter! Aber das ist... Ja? Komm mal mit, komm mal mit! Oh, ich hab' Koffer, ich hab' Koffer! Das glaube ich auch! Warte! 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 Was war das denn? Ich war nicht so einfach bei dir! Wieso, man? Nee, ich denk's halt, weil es ist ne Vermutung! Darf ich offen Vermutung äußern! Ja, aber die logisch! Es ist kein Verdacht, es ist ne Vermutung! Okay! Weiter, Niklas! Das ist nicht erlaubt! Ich kann's dir auch öffnen! Ich lagen, aber es heißt nicht, dass sie getraten ist! Alter! Fängst du dir ne Kugel! Hey, auf der Map ist die Liege nur mal am OP-Slam, wenn mich jemand anschießt! Niklas! Niklas, ey! Gubi, ich bin direkt hinter dir! Ich feuere dann! Wir sind hier eingesperrt! Ich würde mal gerne was von sich versuchen, uns bei den da reinzupacken! Aber Niklas ist hier extrem übertrieben mit seiner! Wenn er getasert ist! Lol! Wir schießen jetzt hier! Irgendeiner von uns ist es! Nee, einer von uns! Klee lebt noch! Und andere auch! Ja, Andi! Andi! Klee! Klee hat mir der Schockgang geschossen! Ich komm hier nicht mehr raus, oder? Wie komm ich hier nicht mehr raus? Wie komm ich hier nicht mehr raus? Niklas! Was machst du denn hier? Niklas zielt die ganze Zeit, er ist es! Niklas! Ich weiß nicht! Ich glaub Niklas ist... Ich denk Niklas ist, aber es ist kein Beweis! Also! Darf ich? Herr Detective! Kommen Sie bitte an die Tür! Das ist... Das ist Random Kill, wenn ihr ihn töten! Lol! Herr Detective! Das war nicht absichtlich, Niklas! Das war kein Random Kill! Das war nicht absichtlich! Herr Detective! Ich würde mal vor- sparen, das sind krasser Wacken hier! Ich hab's Angst. Herr Detective! Der war schon noch nicht mal Meinke! Herr Detective! Ich werde auf und zu kommen, ich gehe rein, jetzt! Nein! Raus! Nein! Ich lebe doch einen Traitor, also... Werde kein Mann! Alter, bei der Wege! Weg mit der Diegel! Weg mit der Diegel! Weg mit der Diegel! Weg mit der Diegel! Ich gucke・・・. Ich gucke auf den Boden! Ok, dann gucke auf den Boden! Raus! 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 Er ist abgeschlossen. Boom, 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 boom. Andi. Achso, Andi ist gut, okay. Boom, wo bist du? Ich bin weg. Exe, 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 exe. Was, du bist runtergefahren oder was? Jo. Ey, ich hatte jemanden am Rand geworfen. Ich bin jetzt am Spawn. Warte, wer ist jetzt hier? Ist hier noch jemand anders? Ist der Klee oder so? Ich bin nach vorne. Beide hast du den Rand geworfen auf Andi. Beide hast du den Rand geworfen. Beide hast du den Rand geworfen. Beide hast du den Rand geworfen. Ja, sag doch, ich bin doch hier unten. Beide hast du den Rand geworfen. Beide hast du den Rand geworfen. Ja, da wurde eine Granate geworfen. Ja, da wurde eine Granate. WTF? 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 Hey, Andi hat das ja Halleluja geworfen, oder? Andi war zu einem Proof, aber der hat das ja Halleluja. Hä? Alter? Hä? Was zur Hölle? Hä? WTF? Habe ich mitfahren? Also, sorry, sorry, Andi. Ich dachte, du bist Proof, aber ich dachte jetzt wirklich, Kraft, du hättest irgendwie... Aber, nimm die Waffe aus, Sange. Ja, ich kann ja auch weg. Du mir leid. Sorry, Andi. Exe, wir sind eingeschlossen. Ja, ich hab nur gesehen, dass du die nicht geworfen hast. Äh, entweder... Exe, die ist die Tür zu, oder? Entweder ihr Bride oder Klee. Die Tür zu Klee ist es dann. Warte mal. WTF? Das war schon ziemlich ne RANDOM-Runde. Das war echt ne brutale RANDOM-Runde. Und ich... Ja. Was kackt gerade ab? Was kackt gerade ab? Ach! Das wird wieder geddozt. Wie das klingt! Hallo? Hallo? Ist bei euch der DS auch so toll? Das ist scheinbar. Der DS kackt gerade ein bisschen ab. aber ich auf jeden fall das war schon eine ziemlich wende gerade muss man so sagen was ist denn los wie bei wann war Ey, ey! Naja! Was ist denn? Was ist denn, was ist denn falsch? Was ist denn? Was ist denn die K梅ts? Ja komm wir nehmen! Ey, mein Terz ist tot! Ah Scheiße! Wollte ich nicht, wollte ich nicht, mach ich wieder zurück. Tja f**k, was war das denn? Ich habe gerade Schaden bekommen von den Turrets. Ob ihr behindert seid. Ich verwechsel mal die beiden Tasten ist das Problem. Die kannst du auch aktivieren. Der Detektor hat Schaden bekommen. So jetzt ist der Server komplett weg. Ah ne jetzt ist er wieder da. Was war denn das? Ah. 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 Andy was sollte das? Andy. Du bist. Das war so. Alter Niklas du bist. Das hat man gehört. Das habe ich schon mal. Andy. Hey. Was denn. Okay es ist keine von jetzt hier oben. Habe ich schon mal erwähnt das die. Ich bin auf dem TS. Was habt ihr denn. Was habt ihr denn mit dem TS gemacht? Was war denn das? Das ist normaler TS. Das war's noch passiert. Wow. Das habe ich noch nie erlebt. Niklas du bist tot. Wie gesagt habe ich schon mal erwähnt das die letzte Runde eine ziemliche Wende war. Niklas. Du. Jetzt reicht's mir erst mal. Jetzt. Ich tue erst mal ganz kurz diese Trägerleiche entsorgen. Viel Spaß dabei. Aber jetzt kann man wieder mit dem TS reden. Wow. Wie gesagt falls ich es noch nicht erwähnt hätte also die letzte war nur eure Wende Runde. So gewiss. Ein Minimal. So ganz. Also man. Wann war? Wolltest du eine Anspielung sein dass du. Dass wir beide ins letzte Zimmer zusammen gehen. Ja. Aber warte welchen der beiden Knöpfe muss ich jetzt drücken. Um nicht die Turrets machen. Okay. Äh. Willst du mich verarschen? Ich weiß es nicht. Ähm. Also bist du Detektor. Äh. Bist du hier Trader? Wieso? Weil du das schon zu fragst. Ich hab am Anfang der Runde voll Schaden bekommen von der Turrets. Wer ist das? Ich auch. Andi? Ja was? Von der Brandkanade habe ich Schaden bekommen. Ich bin proven. Ne du bist nicht auf dem TS. Ich bin auf dem TS. Hallo. Wann war ist es eh. Das glaube ich nicht. Wer lebt denn noch? Ich glaube ich bin eingesperrt. Ich glaube es sind tatsächlich alle confirmed. Kann das sein? Confirmed? Confirmed tot. Also die tot sind meine ich. Alle nicht da. Ne zwei sind nur confirmed. Ja ja. Andi verfolg mich so das machen. Sonst eigentlich nur Traitor. Ne. Ich verfolg niemanden. Ich hab Niklas getötet. Hm. Was hast du vorzuweisen? Ja okay. Was ist deine Ausrede? Ja okay. Rot kann schimmeln. Was kannst du? Genau warte mal. Was kannst du? Hallo. Oh ne das ist extra verdammt. Ich bin hier immer noch eingeschweilt im Kühlraum. Ach da. Ich rette dich. Oh ja danke. Oh ja danke. Oh ja danke. Oh. Bitte rette mich. Oh. Ich röschte dich. Auch wenn ich rössche nicht töce. Aber dann macht das Lightsaber. Ich will deinen Lightsaber sehen. Okay Leute. Okay. Da machen wir die Tür wieder auf. Hallo. Darf ich hier durch? Hello. Ich höre nur so Geräusche und.... Ey Andi. Was denn. Einfach mal drauf. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Bordprogramm. Also Klee. Entweder da ist Klee oder Groom. Was? Andi hat abgehakt nen Satz gemacht. Achso. Ja das kann, ja. Stimmt. Clear oder Goom? Andi ist noch nicht confirmed. Das heißt, ja. Goom, 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 Goom. Oh, 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 oh. Äh, Niklas hält sich ja nicht dran, das ist Scheiße. Äh, Niklas hält sich ja nicht dran, das ist Scheiße. Und wenn es um Technik geht, dass es nicht in Ordnung wäre. Ja, großartig, müssen wir da ja nicht drüber reden. Wir wissen ja alle, dass es wieder funktioniert und keiner weiß von uns, woran das sagt. Ja, ich hab gedacht, ich hab, ich hab das noch nie, kannte das noch nicht. Das ist so geil. Das ist so geil. Äh, äh, exe, jetzt weiß ich das. Jetzt ist was du, ich mach das nicht. Ja, pass. Ey, weil das war ja jetzt nicht bedeutend, ja, ja, wie gesagt, das war ja jetzt nicht bedeutend schlimm. Nö, es war, wir haben es eh wieder versaut. Also. Wer ist versaut? Ja, alle. Hallo, der letzte Runde. Ja, die letzte Runde. Nein, die letzte Runde. Boah, ich will diese Mac-10 haben. Ich raste hier gleich aus. Hallo Klee, hallo Klee, hallo Klee, hallo Klee. Wow. Äh, ja. Fangen voll an, was da war noch vorbei. Feiter, hast du gerade tatsächlich einen Grapple-Hook gemacht? Ah ne, das war das Ding. Das wirkte so, als wäre das der Grapple-Hook. Oa, wau, au, au auch goo." Ey, ey, wir sind es allongäh까지chzig? Ja! Ehh. Du, Pandir, oh, die steckt die Decke. Ähm, eh. Andy ist tot. Denk ich doch mal, oder? Nein? Hallo. Ich weiß nicht wo Andy ist. Andy lebst du noch? Yeah, aber ich ne was.. Er ist verschwunden, er ist durch die Decke verschwunden. und Andi durch die Decke zu packen. Das ist ja auch mal nice. Warte mal. Ich hab was geiles. Guck mal, wer will ein Geschenk haben. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Niklas ist tot. Vielen Dank. Niklas ist tot. Durch wen? Keine Ahnung. Ei, ei, ei. Diese Pflanze muss sterben. Aber es ist doch auch ein Lebewesen. Äh, Klee? Niklas? Du hast nichts in der Hand bei mir. Du hältst zwar was, aber ich seh nichts. Das ist ne Schockkommin. Jemand hat mir jetzt geschossen. Ja, jetzt sehe ich. Warte, hast du echt an mir vorbeigeschossen oder auf mich geschossen? Nein, ich hab auch die Fensterscheibe geschossen, um zu gucken, ob ich zerbrechen kann. Ja, ja, das Problem ist die Trailer rein. Ist du hier grad? Nein. Guck, guck, hier, ich bin bei dem einen Raum, bei dem großen hier unterm Schacht. Ach, dem. Tatsächlich. Aber dafür werden jetzt die Trailer eh polieren. Ah, du bist direkt der Fighter. Das hast du am Anfang gesagt und jetzt sagst du's nochmal. Was ist das denn, wenn zertig wird? Ja, was soll das? Der Blumenkopf ist cool, oder? Ist doch egal, Leute. Ist Blumenkopf nicht so ne Band? Was soll ich erledigen? Tötest du den scheiß Blumenkopf, wie wenn ich weg bin. Alter, was was da mit dem Blumenkopf? Den Blumenkopf. Ey, oh man, den Blumenkopf kaputt gemacht. So, jetzt ist Schluss. Ja, komm. Mr. Wadwa, Wadwa, Wadwa. Ja, und noch ein armer Echse. Ganz ehrlich, warum tust du das? Oh nein! Nicht nachladen! Ein unklingiges zwölfjähriges Mädchen. Das ist ein Gummibarsen, die bekommen. Puh, 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 puh. War das gute Headshot. Wann war? Wann war? Du musst weiter kontrollieren. Wieso? Weil ich in der Grafik festbacke und du mich nicht töten kannst. Ich hab noch ne Idee. Ey, Andi, das machen wir jetzt jede Runde. Zum Glück. Zum Glück wusste ich ja durch Fighter, äh, wo du gemacht, hingepackt wurdest. Ich bin völlig am anderen Ende der Map gesporent wieder. Echt? Ja. Ich versuch's trotzdem. Vielleicht ist das ne ne Art... Bug. Scheiße. Äh, ich, ähm... Ja. Tschüss, Andi. Was? Tschüss. Kann ich das nicht an die Decke platzieren? Nee. Egal. Okay. Das heißt erstmal, ich seh's überhaupt nicht mehr. Ja, ich bin so fest zu packen. Ja, ich hab da mal C4 platziert, Klee, ne? Am Ende. Ach, du hast das auch! Ja, dann gleich ne Doppel-Ladung. Doppel-Helf? Besser, ne? Wie ist das denn? Andi sieht gar nicht mal, wie die Spiele da rumläuft. Nee. Bleib einfach da. Ich sag, der sieht wenigstens noch andere Spiele. Da hast du ja keine Props oder irgendwas. Gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich Schaden bekomme dann. Warte, ich hol mir mal das Radar. Vielleicht sieht man ihn. Der ist da. Ja, der ist da auch. Auf was habt ihr denn die Bomben gestellt? Äh, 45. Die Bombe liegt aufm Kopf. Die eine... Ich hab mich recht lange gestellt, einfach damit sie mehr Schaden und mehr Reichweite. Die liegt aufm Kopf, die Bombe. Und dann soll das Ding funktionieren. Deine ist gleich weg. Also bei mir wird angezeigt, dass Andi zwei Meter von der Elf fährt oder zwei Einheiten. Okay, bin klar. Tschüss. Und ich würd sagen, das war's von dieser Runde und... Zum Glück, ja. Ja, tschau. Tschüss. 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 Tschüss.